Yo, hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Session TTT Zusammen mit Dr. Baum, Buraki, Drecksackblase und Justin Alter, Partyhart hier Dr. Baum und seine 18 Geschwister Dr. Baum und seine 18 Geschwister Ich hab 7 Schwestern und 2 Bruder, ja? 2 Bruder? Jetzt sieht gerade sein ganzes Mitten im Leben, ey Mitten im Leben, ey Hier, wie heißen die, diese RTL-Fuzzis, die mit den 1000 Kindern Wollnies Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Dame TTT Dieses Mal mit Aufnahmen und dieses Mal mit Waffengeräuschen Meinem Waffengeräuschen Bei mir gibt's diesmal auch so Rund Und meinen Ah, okay, Baum hat eine Biegel in der Hand, das ist sehr verdächtig Also wir sind hier auf einem... Ach, die Runde hat schon begonnen, oh Ja Guck mal, ich hab'n Bill einmal für dich, Baum Ey, hier ist ein Schildkröte Da ist sogar Limonaden drin Guck mal, Leute Die gehört jetzt mir Ich nenn sie... Kröti Er wollte die Kröti sehen, Leute Das ist die... Das ist diese scheiß Kröte auch aus dem ASDF-Movie Diese explodive... Explosive Tretmine-Bombe da Mein Turtle Oha, was... Kann man da runterfallen? Dieses Mal dabei ist Justin mal wieder seit etwas längerer Zeit Ja man, Justin ey Meine Zeit lässt's wieder zu, Schule ist endlich vorbei, also ich hab' noch Serien Ich hab' die Schule abgebrochen Ich hab' nicht wieder... Boah, erstmal kacken ey Gibt's hier irgendwo normale Waffen? Ich mag die MG nicht so Oh, Hauptsache hier instant Wir sind unterwegs gerade mit dem Flugzeug zu... Alter! Der Waikiki-Inseln Was? Damit Bastian nämlich seine diesjährige Waikiki-Wahl äh, gewinnen kann Ist das Waikiki? Ist das Waikiki-Wahl? Ey, warum gibt's hier keine guten Waffen? Fehlt mich! Ja, es gibt hier keine neuen Waffen, vor allem Ja, ich will keine MG haben, das ist das Problem Achso, die hab' ich ja ein bisschen da, äh, umgekwürbelt, bisschen rumgeschwissen Kennt ihr das Secret auf der Map? Nee Ich glaub, ich weiß nicht, was soll das Traitor-Tester oder so sein? Ich bin mit Baum unterwegs, ne? Also, falls ich sterben will Ich bin bei Robat Aha, ist das ne Traitor-Waffe? Bestimmt, ne? Was? Ist das ne Traitor-Waffe? Aber Baum mit seinem kleinen Midi-Karma, weißt du? Obwohl... Granate! Ja, der redet zu komisch, der redet zu viel vor allem Ja, hier liegt irgendwie so ein blauer Ball auf dem Boden Ist das ne Traitor-Waffe? Gib's auf, wenn du's aufheben kannst Ich kann das nicht aufheben Scheiße Weiß ich nicht Da ist die Schichtkröte hier War'n neben Bastian noch oder hat Bastian wieder Selbsthaut gemacht? Weiß ich nicht Ach, endlich hab' ich hier ne Dingens gefunden, ne Shotgun, ey, meine Fresse Ich brauchste nicht Ich wette, der Robert ist Traitor, der verhält sich so übelst hart W-w-w-wollt grad sagen, er verhält sich voll übelst hart W-wollt grad sagen, er verhält sich voll übelst hart W-wollt grad sagen, er verhält sich voll übelst hart Wie harte Boy, ey Wie die Taschen gibt es hier? Und hier ist überall ein Öre bei mir Vor allem Justin ist bereits, äh, Dings, nein, äh, Bastian ist bereits tot? Ja Achso Du kannst hier, glaub ich, nur sterben, wenn du irgendwie die Tür öffnen kannst, so du dann rausspringst aus dem Flugzeug Dann kannst du das selbst noch machen Und überall diese Schildkröten Ach Gibt's hier eigentlich auch ein E-Stack auf der Map? Also ich sehe sie auf jeden Fall schon mal den Traitorraum Es gibt hier nen Traitorraum? Und der ist wo? Ja, als ob ich dir das war Ist das der Fahrstuhl? Weiß ich nicht Ich hab keine Ahnung, ey Ich weiß, dass Gronkh und so auf der Map gespielt haben, aber Ja, ja, und ich weiß, dass Gronkh als Traitor hier überall Traitor-Fallen aktivieren kann Überall gibt's hier E-Push E-To-Use Ah, diese komischen Finger da Die man anklicken kann Irgendjemand vom Klo Ich glaube, jemand hat auch schon mal ne Traitor-Fälle benutzt Also zumindest kann der Traitor ja, ähm, unter dem Flugzeug lang gehen Wie unter dem Flugzeug? Hä? Die ganzen Dinger Dr. Baum founds the body of Strindor Aaaaah Oh Das liegt so'n scheiß Ball Ich glaub Ich glaub, es war Robert Wie? Ich hab dich gesehen, wenn du hier lang gegangen bist vorhin Als ich hier reingegangen bin Das ist doch was! Das ist doch was! Hä? Na, ich bin's nicht Ich hätte jetzt Drecksabblase abschießen können Ich hätte mich aber auch abschießen können Ja, 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 ey, ey Ich hab keinen Zombie-Ball für dich Aber, ey, hier liegt jemand Alter, hier ist ein Prozessor vom Computer Geil Alter, das ist nur ne Fake-Leiche Wo? Wo? Wo liegt denn die Leiche? Die liegt oben Ey, also ich... Ich hab keine Ahnung, wo hier oben und... Ich glaub, das ist ganz oben Da, wo wir uns grad getroffen haben? Äh... Weiß ich nicht Hm... Black-Leiche-Blase founds the... Ach so, Baum ist auch schon tot! Ah, ja Okay, Robert Was? Ja, ich sag doch Robert Scheiße, was macht dieses Huhn? Also, an... Anscheinend ist es doch ne Traitor-Waffe Was macht dieses Huhn? Rucky, das ist nicht der Traitor-Raum Das ist ein Easter Egg Was du da gesehen hast Hm... Man kann... Was willst du eigentlich hier? Leute! Rum hier! Eine Frage, was macht das Huhn? Äh, das greift eigentlich innocent Leute an Wenn man es irgendwie... Äh, ich hab's direkt vor... Vor wen... Wer war das? Ich hab's direkt vor jemanden hingeworfen Ja, es springt einen die ganze Zeit an, bis du halt tot bist Und wenn dich das abwaller, dann explodiert wird Okay Das ist die Beschreibung, glaub ich geredet Man, wieso gibt's hier Dingsgranaten? Alter! Ich scheiße, das ist extrem hart, Alter Ach man, jetzt... Ach, diese scheiß Granaten, ey Hier, hier kann man was hinbauen Was hinbauen, Spieler Minecraft? Bastian, hier kann man was hinbauen, ne? Bei diesem roten Ding Und da kann man dann... Vor allem, das ist mir zuerst aufgefallen Bastian hat gerade einen Traitor gekillt Oh mein Gott, da kriegst du noch einen Flutschfinger Ja, dann dankeschön Flutschfinger Den letzten immer noch nicht bekommen, ne? Stimmt, war ja was Mit den Flutschfingern Ja, Leute, das neue T-Shirt, was ich hab Für diese Session Will keiner sehen Doch man, hier Zelda, richtig geil Zelda Also wieder gelb mit diesem scheiß Triforce Ne, ne, diesmal... Also auch gelb, auch mit Triforce Aber ein anderes Da ist Link auch drauf Ist das dein Pornoraum, oder was? Ich nehm mal ein Telefon entgegen Das ist ein sehr wichtiges Gespräch Oh, ich glaub hier ist so ne... Die ist glaub ich so ne Überwachungskamera Die schießen kann Es gibt ja glaub ich so ne Decken-MG Was runter geht Und dann schießt's auf alle Leute, die das... Die sich dem nähern Man, die Neb hat einiges Da geht's wieder los Ja, Mann Im Raum hat man übrigens noch andere Leute dabei Special Guests, ey Aber die machen in Wirklichkeit mit Aber die sieht man nur nicht Special Tone, ja Special Tone, ja Special Tone, genau Kennt ihr diese... Kennt ihr diese ganzen Filme mit... Diese Terroristenfilme Wo irgend so ne Gruppe von Terroristen Aufs Flugzeug entführen will? Ja, klar Gibt's genug, ne? Snacks on a plane Ja Aber... Die... 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 Web ist so ein bisschen dankbar richtig Ja... Robert ist wieder Traitor Ne Ich versuch hier gerade... Wenn ich jetzt tot bin... Buraki ist genau bei mir Wenn ich jetzt nichts sage, dann ist er das Weil... Irgendwie ist er ganz... Ganz komisch drauf Und ich hau jetzt ab vor ihm, weil ich Angst hab Tschüss Ich such grad den Raum mit der Muni Aber... Irgendwie... Im Ende der Krippenpreis Du sitzt da auf dem Schrank oben Gefunden Spaß Nettter Versuch Nettter Versuch Nettter Versuch Nettter Versuch Ey, alter Ich steck fest Der Fahrstuhl der... Ah, warte, hier ist ein Geheimgang Ich kann ihn töten What the fuck Geheimgang Schnell zu Bastian Der kann einen umbringen Ja, 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 ja Wurde ich schon Eier haben, Mann Robert? Eier brauchen, Eier Ja, ja, ja So, das hat sich voll komisch an Geheimgang Als ob du gestorben wärst Vielleicht ist jemand gestorben Hä? Aber es reden nur noch alle Echt? Ich höre Schüsse Hab ich grade ein Dings gehört? Ein Bummerang? Ich glaub... Ja, ich glaub schon, ich gehörte Leben alle noch? Ich lebe noch Ich lebe noch Wurde Bastian mit nem Bummerang gekillt? Gasse, Nette Wo ist er überhaupt? Also er ist mit nem Fahrstuhl abgehauen, Freund Justin, du bist doch so übelst gut daran, dich selbst zu verraten Bist du Traitor? Wenn du ganz fest daran baust Ach du scheiße, da kommt doch ein Egal wer hier vorbeiläuft Außer Buraki Weil... Ja, wahrscheinlich Hier wird einer bevorzugt Die seh ich schon die ganze Zeit Du gammelst die ganze Zeit in den Raum rum Ja, deswegen Er hat mir schon gedacht, dass er schürzt ist Hm Ja, Robert hätt' ich auch schon killen können Ja, Robert hätt' ich auch schon killen können Oder ich Buraki Ja... Außer zweimal hintereinander Traitor ist... What the fuck? Die Tür ist offen! Ich wurde fast rausgesogen! Ja Okay Screen Door, Justin, Justin Justin Du kleiner Lauf Also wenn Justin jetzt Traitor ist, sollte er Robert töten Weil sonst... Wie? Hast du Overtime jetzt mittlerweile schon mal angemacht? Was? Zeitlupe gibt's hier? Er schießen dann mit ner Shotgun Oh... Gib mir Noni Geil Mit ner Shotgun Alter, ich seh hier überall so Räume Aber da kann man nur... Voll der Grafikfehler Hm, so Disco Ich mach Disco Leute, für euch Gibt's auch gar keine Konsole Hier gibt's... Hier gibt's so... So blaue... Also hier manchmal so Hologramme der Also sozusagen Und da kann man dann so Dinger hinbauen Jo, hier ist so ne ähm... So ein Geschützturm oder sowas Also wenn das nicht aktiviert ist, dann hast du nur Glück Ne, also ist es so durchsichtig Als ob ich da noch was hinbauen kann Hinbauen kann? Dazu brauchst du äh... Fünfmal Eisen und äh... Zweimal Kohle Genau Die ist halt wirklich so Alter, ich bin eingesperrt Ich komm nicht raus Die ist halt wirklich so Da kannst du äh... Du musst die Sachen finden, die du da siehst Und dann kannst du die da hinstellen Und dann... Oh... Oh... So, erstmal abspielen hier So Alter, ich bin eingesperrt Nicht Hände waschen So wie sich's gehört, ne Alter, Alter Es saugt mich raus Hilfe Baum? Baum? Jetzt stopp! Jules Robert, was ist das denn jetzt für ne Sitte hier? Mann, seid ihr langweilig Kann er wieder mal nicht sprechen, oder wat? Wow, also jetzt dachte ich eigentlich, dass es Robert wäre Aber jetzt... War gerade ungebrollt Weil du jetzt gesprochen hast, Justin Wer schießt denn da hin? Bei mir Ich hab eben grad nochmal geschossen Ich hab eben grad nochmal geschossen Ja wat! Gib ein Zeichen von dir! Hehehe Also die Map... Die Map macht total Laune Oh, ich komm wieder raus! Ja! Ja! Oh nein! Schießt! Nice! Nice! Das war... Das war... Das war... Ich hatte ein... Ich hatte einfach eine... Munition einer Hätte Rexack Blase lebt noch? Ach ja Ich hab... Ich hab ihn... Ich hab von ihm... Abgelassen, also Ich bin die magische Pflanze Ohah! Wohuuu! Was der da in der Marsch der Welt, Alter! Du! Hehehe Wolltest du jetzt noch die Fragestürung sein? Du bist die ganze Zeit eingesperrt irgendwo! Warst du im Kühlschrank oder was? Alter, ich bin nicht hoch! Ich bin nicht hoch! Ich bin nicht... Alter, ich bin nicht... Alter, ich bin nicht... Warst du im Kühlschrank oder was? Was? Warst du im Kühlschrank? Schau mal... Willst du mal... Willst du mal den Kühlschrank sehen? Komm mal mit Kann ich jetzt endlich mal ne Waffe kriegen? What the fuck, ey Ich kriege... Ich kriege noch richtig Platzangst, ey Rocky komm mal mit. Rocky, wo bist du? Ich zeig dir mal nen Kühlschrank. Ich zeig dir mal nen echten Hasen. Nach 200 Jahren denke ich mal... eigentlich... What the fuck war das denn? Rocky komm mal mit. Ich zeig dir mal nen Kühlschrank, komm mal. Ja, Justin, ich brauch erst mal nen Shotgun. Ja, dann kriegst du meine. Ich komm hier. Hä? Hier lagen doch 1000 Shotguns rum. Ja, die sind aber auch nicht unbegrenzt, oder? Die schmeißt man nochmal Sachen weg. Aus dem Fenster. Oh, wie schweißt du meinen Sachen weg? Mit welchen... Oh, wie der scheiß Fahrstuhl. Genau, fahr dich aber auch die ganze Zeit. Komm mal mit, komm mal mit. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich sowieso sterben, wenn ich die den... Ach ja, wollt ihr mein Spray sehen? Wart auf mich, wart auf mich. Komm mal mit. Wollt ihr mein Spray sehen? Wenn ich sterbe, ist Basti auch nicht scheut. Und, äh, Justin lenn mich irgendwo, pack mich irgendwo hin. Wo bist du? Da bist du. Da, hier ist mein Spray. Ich hab, äh, errichtung genug. Hab ich das nochmal geredet? You can't, oh god, if you never booger. Kann man Spray? Tee. Wie hab ich das Gefühl, dass du grad länger... So, wenn man da reingeht, kann einer die Tür zu machen... Bisschen fail. Kommt zu, man stirbt. Ach so. Man kann aber noch, warte mal, so als Brot, man kann da oben durch dieses Ding springen. Hier guckt ne Waffe aus der Wand. Bloberts. Hallo. Thomas incoming. Spaß. Man kann den Raum übrigens absperren, ne? Kommt, ich lass euch mal raus. Hier. Traterfalle. Mein... Mein Spray. Hier sind... Hier ist sie da. Leute! Was für'n... Windows ist es? Windows willst du? Äh... XP. Oh. Alter. Und wir haben's grade... Äh... 20 Uhr... 24. 20. 20. 4. 5 Uhr steht hier da unten. Boah, Alter. Hab ich gerade ein Radio gehört? Ich höre immer noch ein Radio, das steht hier unten, aber... Alter, vielleicht diese Scheiß, Matt, die macht mich so claustrophobe. Hier steht... Ja, echt mal hier, richtig Platzangst. Alter, die ist so eng. Wo ist er hin? Ach, egal. Ich bin wieder weggelaufen. Und wenn da auch hier unten in diesem komischen Raum steht ein Radio... Ich geh erst mal kacken. Ich... Ich kann den nicht mehr sprayen. Ey, Skrindor ist ganz nah bei mir. Ich glaub, er ist es. Was? Junge, geh weg von mir! Der kuschelt mit mir! Ja, ja, ja. Zwei mal hintereinander, ist aber eher unwahrscheinlich. Irgendwie bei uns. Geh weg, oder ich schieße! Dann schießt er auch hinten. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich in dem Anfang es noch zurückkomme. Ist ja nicht mein Karma. Stimmt, hier ist ne Kann... Hier ist ein... So, erstmal auf Klo gehen, ey. Such jetzt erstmal diese Teile da. Und Vanillekooler trinken. Das sieht aus wie so'n Flammwerfer, den du hier hinbauen kannst. Ja, das ist ein Bora. Das ist ein Bora. Damit kann man Türen aufmachen. Und dann... Was brauchst du dafür? Na halt, Teile. Die liegen... Genau die Teile, die du da siehst, liegen rum. So'n roter Kanister und so was. Liegen auf der Map-Partei. Geil, die musst du da mit dem Magnetostick da reinbauen, oder was? Genau. Geil, ist das denn? Ich hab' hier ne Wasserflasche. Kann ich die auch in den... Turm reinbauen? Willst du den Turm mit... Also Baum und... Bastian sind wir, will's leise? Baum? Sind ich von seinem Problem? Es sind alle Geräusche von mir gegeben, aber ich bin mir nicht mehr raus. Alles klar, hier hat jemand diese beiden Traitor-Türn zugemacht. Oh. Okay, Bastian... Oder er hat sich selbst eingesperrt als Traitor. Das würde ich doch niemals machen. Alter, das war so offensichtlich, ey. Komm, gibst du, du bist es. Wieso schon bestätigt das Bastian? Ne. Wenn du dich da jetzt selbst eingesperrt hast, dann kannst du's auch zugeben, weil wir werden da jetzt sowieso nicht mehr hingehen. Ich hab' grad'n gesagt, das würde ich doch niemals machen. Aber... Nee, nicht schon wieder hier, nicht schon wieder hier. Da war ich gerade in 20 Minuten. Aber mit diesem Unterton. Oh. Du könntest natürlich auch Thomas im Blindflug abfeuern. Das ist Schildi, ey. Sag hallo zu Schildi. Schildi! Schildi, Tackle! Warte! Bracki, willst du mir was sagen? Oh, da ist jemand gestorben! Ja. Okay, es ist Justin. Ja, und von hier kam gerade Bracki. Bracki, willst du mir was sagen? Bracki stand bei mir! Warte mal! Oh nein! Nein! Okay. Hey! Hey! Ich weiß nicht mehr genau, wer jetzt warten. Ist das jetzt wie ein Robot oder was? Sind das jetzt wie ein Zweit-Traiter hier oder was? Okay, Bracki und ich sind es nicht. Hier ist ein Fahrstuhl, doch. Bracki, lass' verstecken. Ich hab' Angst. Du bist ja mit der Schrotflinte. Ja, mit dem Radar bringt das nicht so viel. Aber ist Radar überhaupt erlaubt jetzt oder nicht? Ah. Ja, ich würde sagen so noch. Irgendwann werden wir es wahrscheinlich dann nicht mehr machen, aber erstmal geht's in Ordnung. Ich hab' gerade was da rauszufinden, aber ich verstehe es. Das ist ein riesen Bong, da wollte ich gerade ziehen. Ja, ich hab'n Loch gemacht extra für dich. Sag mal. Ja, weißt du, Bracki? Bracki, ich hab' dich verloren. Wo bist du? Bracki? Äh? Warte. Ähm, ich muss jetzt traurigerweise sogar sagen, dass ich Traitor bin. Bracki, hier, komm. Ich muss ja mal eine Sache erklären. Bei diesem, bei diesem Deathfaker, ja? Wie komm ich wieder weg? Oh Gott, Alter. Oh Mann, ey. Kannst du mir sagen, wo du bist? Dann kann ich dir das zeigen. Ich bin halt deine Presse. Ich bin nur, bis ich hier wegkomme. Drück mal Reload. Ach, dankeschön. Wow, wow. Ach toll, jetzt steck ich hier in der Wand fest. Oh Mann. Loll. Wer bist du Traitor ever, ey? Alter. Ja, ich, ich, ich war auf dem Dach beim Fahrstuhl die ganze Zeit. Irgendwo hoch und nach unten die ganze Zeit automatisch gefahren. Ne, ich hab die, ich bin grad, ich bin damit grad gefahren, also. Ah, Justin lebt noch. Der ist da oben immer. Und dann, und dann bin ich, bin ich gerade außerhalb des Flugzeuges nochmals. Oh, doch Mann. Ich hab doch noch echt dran gedacht, Leute, ich tot, dann ist Bastian schuld. Weißt du, wie? Das interessiert auch niemanden. Du musst dich schreien. Ich will nicht schreien. Ich will nicht schreien. Nein, nein, allgemein. Allgemein. Du weißt ja nicht, wann. Jetzt lass mich ja durch, Mann. Wir hoffen mal, dass er bei denen für dich schreit. Ja, jetzt hab ich den Shotgun, jetzt ist mir alles egal. Jetzt mag ich den Muni haben, danke. Danke. Nein, keine Flammgranate, die ist scheiße. Oh, 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 raus hier, raus, hier. Wer ist die Hälfte? Okay. Ich bin nochmal in den Fahrstuhl. Ach komm, Alter. Obwohl... Nein, meine... Waffe. Auf dieser Karte hab ich gar keinen Bock, Trader zu sein. Robert? Hä? Kommst du nicht durch? Oh, hi. Roberto Blanco. Roberto Slam. Weißt du, was bestimmt witzig wär auf der Map? Ah. The Beast. Na, Atombombe wär hier lustig. Oh, Robert. Robert. Hat jemand versucht, die, ähm, Dings zu öffnen? Baum hat ne schwarze Pistole dabei in der Hand. Alter, ich schieße ab. Drecksackblase? Du kommst mir gefährlich nah. Robert? Oh, jetzt geht's los hier. Ich hab eigentlich mal Bock, die Teile zu suchen für diese Schweißkarte. Ja, das will ich auch machen. Ich weiß aber nicht genau, wo die liegen. Hä, hier kann man den nochmal bauen? Ja, man kann den... Es gibt irgendwie drei Spots. Einmal da unten, dann irgendwo da. Es gibt drei möglichen Spots. Alter. Ich glaub, hier ist die Traitorfalle beim Fahrstuhl. Ach, wieso kann man die Leiche nicht hochheben? Ist doch langweil. Also hier sind auf der ganzen Map übrigens so Dinger versteckt. So Dinger, wo die Schütze rauskommen. Ach man, ey. Ja, wo sind die nur? Hat er schon Hoffnung, ja. Ich hab da Hoffnung. Ich hab meine Waffe jetzt grad verloren. Oh geil, die neuesten, ähm, Bildnachrichten. Bild am Sonntag. Also übrigens über diesen Sitzen sind so Fächer, die kann man aufmachen. Da sind die Dinger glaub ich auch manchmal drin. Ach so. Habt ihr das auch manchmal? Ich hab den, ich hab den Kanister gefunden. Ich hab den Kanister gefunden. Alter, der Kanister ist auch schwer zu übersehen. Ach so, die Teile vielleicht... Ach, ich weiß, die Teile, die leuchten so weiß, ne? Ja. Also gut, der leuchtet nicht komplett weiß, aber... Dann hab ich auch einen. Ich glaub ich hab das Stativ. Den Ständer. Oh. Wo wollen wir's bauen? Beim Cockpit oder beim... Was... Hä, was ist das denn? Ja, wenn ich gleich tot bin, wär's nur hinter mir. Wollen wir das hier hinbauen? Ja genau, eine Waffe. Ach das Scheiß, Dinger. Nein, was machst du da? Nein. Er macht diese Kack-Dinger hier zu! Ins Gepäck. Hä, und wie, wie geht da... Oh, unterm Stuhl. Hä? Muss man die noch richtig drehen oder was? What the fuck? Hinter dir ist ein Bild explodiert. Da muss man auch einfach... Äh, hier. Die gehen dann alle nacheinander oder so. Muss das Ding nicht rot sein? Also wenn wir gleich tot sind, Robert, dann ist es Robert. Hä? Ne, ich gucke nur. Weil... Ich... Mich interessiert das. Ich glaub... Ne, das ist ein ganz anderer Kanister. Ich such einfach mal weiter. Hier, guck... Macht ihr da mal. Aber es gibt ja mehrere. Vielleicht müssen wir den für den anderen nehmen. Nein! Nein! Ich hab... Ich hab mich schon wieder festgeknitscht. Echt? Oh, mach diese Dinger jetzt so! Nein, die machen wir auch nicht. Robert, weißt du, wo wir's getroffen haben? Ja, ich hab noch mal so'n Ding gefunden, wie du hast. Nehmen wir mal so'n Ding. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier keinen Orientierungssinn. Ich schieße gerade. Ich hör nichts. Ah, aha. Skrindor. Was machst du da? Ja? Hat jemand ein Basteln gesehen? Kann jemand ein Basteln gesehen? WTF? Komm ein bisschen spät. Ja! 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 Und noch mit dieser Frauenstimme. Ja! Hilfe! Bitte? Das war seine echte Stimme, endlich. Da gibt's ja grad ein Battle mit einer 16. Hier! 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 Keiner! Hilfe! Aces! Eigentlich, wenn man, ähm, als so'n Spieler auf diese, ähm, Tür klickt, wo man rausspringen kann aus dem Flugzeug, aus dem Flugzeug raus, dann weiß man eigentlich, dass es ein Indocenter ist. Indocenter. Ähm, sind die weiß? Sind die alle so, so... Nicht unbedingt. Ich glaub' nicht unbedingt. Der Baum ist wieder ganz ruhig. Der ist aber die ganze Zeit schon ruhig. Ja, 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 ja. Achso. Okay. Und Bastianau. Ach ja, das ist die ganze Zeit. Ich hab' hier auch wieder was gefunden. Du wirst an deinen 200 Hintern liegen. Deins 2000 Hintern. Oh, hier ist ein lecker Zitrone, oder was soll man dazu sagen. Das meiste Internet zieh' ich immer noch ab, deswegen. Nee. Nee. Robber. Justin ist hier? Ja. Nee, kein Bock schon wieder da rein. Nein, da war ich schon lange genug drin. Da ist aber auch... Was? 360-Nose-Couten in den Gesicht. Hier küsstet jemand nicht kaputt nach. Wartana. Hier, ich hab' so'n, äh, 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 wie heißen die? Kanister. Da. Der dringend stand doch hier schon, oder nicht? Der stand, der lag da oben, im, äh... Also, der bringt den da mal hin. Bring den da mal hin. Wohin? Den komischen Ding. Zu dem, wo wir grad waren. Äh, wo war das? Man kann sich nicht beschweren, auf dem Moment, dass es hier zu wenig Toiletten gibt. Echt mal, ey? Na, bei so vielen Passagieren? Doch, das ist definitiv so'n Teil dafür, aber... Da, hier, wo sagt ihr das hier, ne? Vielleicht muss man die einfach nur alle gleichzeitig da hinpacken. Oder? Ist das richtig? Ja, das ist dieselbe Farbe, die links hatte. Also, die roten gibt's dann nicht, ne? Oder hat jeder, jeder Ort sein eigen? Ich glaub' ich hab' noch Teile gefunden. Ich glaub' ich hab' noch Teile gefunden. Wie kann man die drehen? Kann man die überhaupt drehen? Ja, die kann man nur so... Du kannst nur noch einen Bonus-Slam, bis sie richtig sind. Okay. Äh. Komisch, ey. Ich glaub' ich hab' noch einen Teil gefunden. Sieht's zumindest da so aus. Ah. Robert? Hä? Ich habe das Gefühl, du hast grad einen Rocky getötet. Ne, gar nicht wahr? Aber ich möchte zuerst das fertig bauen, dann kümmere ich mich um dich. Ach, komm. Klappe. Ja. 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 Ja, wahrscheinlich. Ah. Meine Leiche liegt da. Ich lasse den Ill. Ich will erstmal mein Ding dafür. Merfa hab' ich auch nicht verstanden. Warum weißt du? Er kommt auch noch so hin, da liegt ne Leiche. Hm. Hydro-Power hatten wir nicht. Ja, ich muss erst mal... Alter, ich muss erst mal gucken, ob das wirklich ne Leiche ist oder ob das jetzt Schokolade ist. Schokolade hätte es natürlich auch sein können. Robert hat in diesem Loop mit seiner Lokomotive da... Ach komm. Sei ruhig. Ah, ich wollte auch grad Hydro-Power nehmen, aber okay, jetzt erzähl ich eh nicht. Ja, 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 ja. Hydro-Power? Das ist so'n, das ist so'n Wasserkraftwerk. So'n Damm. Ja. Und ich weiß, dass du als Traitor da irgendwo so'n Raum fluten kannst, so ähnlich wie ich das bei Robert einmal gemacht hab. Ich will mal, ich will den Damm fluten, Alter. Gut, das war schon mal deine erfolgreiche Runde. Nur Innocent. Was? Ich mag die Map nicht, ja. Wow. Das ist, das ist der weltbesten Bordpunkt ever. Das ist der Weltbesten Bordpunkt ever. Das ist die Map aus Black Ops 2, die kenne ich nicht. Moment. So. Da. Ah stimmt. Was? Das ist die Map aus Black Ops 2. Ja, ich hab die Schokolade. Ja, da gibt's die auch. What? Achso, ja, als DLC. Ja, okay. Erstmal hier orientieren. Die ist ein bisschen kleiner. Ja, ich hab die Schokolade. Ja, ich hab so cool, ja. Ich bin schonmal tot. Black Ops 2 war schon lange her. Kleiner, Justin, ne? Bisschen kleiner. Ja, das ist halt nur dein Mittelteil, ne? Da fällt ein kompletter Außenbereich und so'n Scheiß. Und die Folge widme ich mal wieder Shadows dem kleinen Penner. Junge, wär das gar nicht schattet, Alter? Echt mal, ey. Shadows, du kleiner. Ey, der, der Himmel hat nen Grafikfehler grad gehabt bei mir. Mann, Alter, die ganze Map hat nen Grafikfehler. So, zack, 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 zack. Alles schwarz. Kann man rein, alles klar. Vielleicht ist die Map doch nicht kleiner. Trägt das eine um? Ich, ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wo ist's aus? Na ja, doch, die ist auf jeden Fall anders aufgebaut als die Black Ops 2. Da kann man auch oben rauf auf die Häuser im Black Ops 2. Flow-Control? Alter, du kannst ja so viele Sachen einstellen bestimmt. Das regt mich auf, dass der Himmel manchmal schwarz wird bei mir. Beziehungsweise ist man ja auch so. Der, der... Ein plötzlich schwarz werdender Himmel? Alter, hast du die Rassisten-Version? Du bist hier der Rassist, ey. Du denkst so komisch. Schäme-Lab, ja. Das hört sich dumm gut an. Was? Soll ich sterben, Robert is shit. Die absolute Slamper-Position wäre hier kein scheiß Spaß. Warum? Ich schuld? Ich bin doch gar nicht bei dir. Doch. Guck mal hier bei den Kasten. Bei den Kisten. Bei den Holz-Kisten. Hä? Wo? Gibt's hier auf die Kanadesexion? Alter, gibt's wieder ab Türen. Gibt's hier auf die Kanadesexion? Gibt's hier auf die Kanadesexion? Ich hab ein Hühnchen gehört. Ich hab ein Hühnchen gehört. Alter, Alter, hier geht's ab. Ich hab ein Hühnchen gehört. Hier sind die gerade, Justin, die sind hier gerade beim Waterproof gefeiert. Ich hör die Bienen. Nein, die Bienen! Wie? Das ist voll gut gemacht. Ups. Flieh. Flieh. Voll gut, so richtig detailliert, Alter. Geh zu! Scheiß Biene! Die Web ist so verdammt riesig. Nicht die Bies! Nicht die Bies! Nicht die Bies! Die Bienen dürftest du eigentlich vom Weiten hören. Wir werden überhaupt nicht. Nö. Aber wer war das jetzt? Ah! Ich bin eingesperrt. Oh, hier haben wir Chemik ChemLab. Oh, hier war ich schonmal. Das ChemLab. Ich bin mir so ersaufen. Oh, danke. Ich hab leider keine andere gemacht. Ah, ich hab Schaden bekommen von den Scheiß Bienen. Alter, hast du noch eine Bienen hinter mir her? Boah, Alter, wie die weggeflogen ist der. Ich hab ne Frage, die dich durch den eingesperrt. Dann mach Selbstmord. Dann mach Selbstmord. Ja, dann mach Selbstmord. Ja, dann mach Selbstmord. Dann mach Selbstmord. Es lässt sich nicht. Das kann doch nicht sein, dass die Bienen mir... ...die ganze Zeit hinterher fliegen. Warum zerstößen die nicht? Das sind 10.000 hinter mir! Ich hab hier nur eine gefunden. Ich hab hier nur eine gefunden. Ich hab hier nur eine gefunden. Was? Du meinst die Dinger? Ich glaub Bastian es ist. Ich hab hier nur eine verfolgt. ich habe die ganze zeit diese bienen abgeschossen aber obwohl ich durch zehn räume durchgegangen sind ich glaube ich habe herausgefunden ja ich auch da aber ich wollte gar nicht hingehen ah hier ist die abstellkammer cool ich bin ja der hausmeister bastian komm mal zurück bastian noch warte mal gibt es die kanalisation hier kann jemand mal die scheiß leiche ich will gar nicht wissen 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 wie ich höre immer noch viel mehr kann ich immer noch eine andere wache also wenn einer wissen will scheiße biene da hier drinnen wir sind vorsicht das eine biene nicht gehen mal meine dreckse ach so um ehrlich zu sein ich weiß gar nicht ob es hier noch andere wollen gibt es kommt mir so vor als ob ich die ganze zeit im kreis laufe liegt daran dass es nicht mehr was waren das jetzt für ein komischer soundfehler kann man ja ich würde sagen wenn man das wasser springt stirbt man dann kann man 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 da ist da ist da ist da ist es kinder was willst du es ist wo bist du denn ich lebe noch aber ich habe noch nur das leben skrindo ich wünschte ich könnte dir helfen weil ich weiß dass ich mir helfen was alter ernsthaft warum schießt du mich ab nein wer ist es seid ihr wie bescheuert im kopf soll ich jetzt auch eingehen und jetzt einfach auf den ersten schießen den ich sehe was nicht ich habe was ist falsches gekauft oh man ach so Robert ist traitor echt äh ich muss nicht mehr irgendwas tun hast du dich ernsthaft mit den scheißbienen selber muss kurz mal nachladen, warte mal ich hab mir ein Defi gekauft, versehentlich BASTIA ich lauf hier so rum wie John Rambo, alter, jetzt ist er nicht da keine Points mehr, mach doch was ja, ich weiß nicht, ich wurde irgendwie abgeballert von Screendoor, glaube ich ich hab ins Wasser mit dir weißt du, ich hab richtigen Robert einen Zombieball geworfen, aber das ist ja ganz knapp verfehl WTF ey und das hast du nicht gewährt ich glaub, das war da wo ich gesagt hab, ich hab irgendein komisches Geräusch gehört dieses Blödschen, Blödschen oder so keine Ahnung ey, das war ganz komisch ey, ich war total verwirrt hier liegt ne leichtes MG, die ist sehr gut, sehr effizient was ist denn das denn gerade? du kannst da rein, Bauern, geh da mal rein geh da rein Alter, wenn ich, ganz ehrlich ne ich hab gerade das Robert Fieber, glaube ich ach so, bist du wieder innocent oder was? boah ey, die, die Folge, die Folge war so schlimm, also die Session die war echt krass oh boah, ich will den E-Sack zeigen Alter, hier liegen überall Smokegranaten rum ja, komm, komm mit wenn die sterbe sollten, ist das zum Schuld immer da rein du kannst halt auch irgendeinen Raum fluten, aber ich hab keine Ahnung welcher du kennst die Map schon oder was? ich hab nur in den Kommentaren gelesen von der Map da runter jede Map, die ich mir runterlade, lese ich natürlich immer in die Kommentare nach da gibt es dann nämlich auch so ein paar Maps, vielleicht auch die von, die du meinst mit Kakariko dass einige Karten irgendwie ein Spawn Script brauchen, damit die funktionieren ich hab keine Ahnung was es ist und ich will es auch mal nicht wissen Robert, du standest komischerweise ziemlich kurz lang in der Ecke da ja, ich musste grad bei OBS was nachgucken und ich muss gleich bei Fraps mal was nachgucken ob die Aufnahme läuft ich guck doch mal da oben rechts, okay, da seh ich ja ne Zahl hast du Outer City nachgeguckt? das weiß ich hundertprozentig als ich drauf gedrückt hab okay ey 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 bin ich jetzt willkommen im Waterproof ich bin dir am Werke oh man hab ich mich erschrocken was stehst du am Werke? ne na was macht das Wasser so? ist das Wasser schön sauber, ja? frei von Bakterien und Chemikalien warte das können wir ändern also das wir fügen dem wir fügen dem wir fügen dem wir fügen dem Wasser jetzt noch ein bisschen Blei in zu das fördert das Wachstum wir ändern das das ist das ist doch jetzt jetzt hast du es warm gemacht na da ist ja jetzt ist ja jetzt äh was auch immer da für ein Brennstoff drin ist drin und so ein Scheiß das muss ja schon krasses Zeug sein wenn es auf dem Wasser brennt und Bastian ist mal wieder so schön leise ich brenne ja bisschen ja ich auch bisschen verdächtig ja ich sage Robert das ist was ui wenn Robert jetzt so traiter ist kann er in seiner Kamera schicken und ein Lächeln warte mal ich kann nicht springen und komm mal zurück komm halt schon zum Wasserpurettiti oder so ja purettiti ey ey das sieht ein bisschen billig aus da unten ja Robert okay jemand hat auf mich geschossen ich hab nur 44 Leben verdient alter ne ne ned nehmen nene elektrik keine ahnung ja ich bin da der warum ist ja so ruhig weiß ich nicht bisschen selbstverdächtig gerade noch geredet weiß nicht ganz komisch ganz komisch ja keine ahnung was soll das anzeige ist raus eigentlich schon doch ja wenn die auf einfach auf mich schießen was kann ich dafür was mich aufregt ist irgendwie dass du die ganze zeit mein schräter platz wegnimmst die andere oder machen die anderen hier wieder auf tot alter diese karte hier war ich doch schon fack fack dasein ja geht so ein bisschen blau und weiß irgendwie ach gottchen und wie ist das wetter bei dir so erzähl immer was von deinem leben heute war ich einkaufen bei all die süd nicht nord da gab es so lange what the fuck alter als ob alter dieser radar der hat mich so verunsichert wo ich geschrieben hab gg da dachte ich wirklich du stehst hinter der tür und wollte thomas ziehen auf einmal gerade in dem moment wo ich schießen wollte hat der radar einen anderen ort angezeigt dann war ich total verwirrt ja darum laufe ich doch die ganze zeit nur rum mit dem radar sonst ist die zu op weil das ist auch die beste option und einfach die ganze zeit in irgendeinem kreis latschen oder rumlatschen aber komischerweise bin ich richtig oft traiter jetzt irgendwie ist das too much für mich ich dachte das ist eine leiter auf nach terminal b oder ich habe jemand sterben hören jetzt ja irgendjemand hat geschrien baum baum ich stand draußen was ja lebst du noch das baum ist da baum das baum braki wo mussten braki wird ganz schön aufdringlich ja ich hasse diese fake türen die türen sind richtig wahnsinnig ich finde immer diese scheiß sackgasse wieder ich finde immer gar keine gasse wieder hier war ich auch schon zehnmal einfach irgendwelche türen aufmachen und durchlaufen echt mal einfach yolo irgendwann kommen sie schon am ziel an ja und bastian ist entweder tot oder traiter die maps die neuen die jetzt wir getestet haben die finde ich jetzt nicht so toll wenn ich ehrlich bin ja die ist jetzt übel zweitläufig aber sonst schön strukturiert ne ich weiß nicht hier ist auch wieder so so richtig platzangst kriegt man hier ne eigentlich sind die räume die rollert ey hier braucht ich glaube hier braucht man eine keycard das bestimmt auch wieder so ein easter egg hier ey baum ist ganz nah bei mir ich hau lieber ab oder was oder die navigator besser schon wieder ey 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 ganz ruhig ganz ruhig hier ey buraki läuft mir hinterher oh und vor mir ist baum wer war das wer war denn hier gerade baum und jemand geht schießt oder was ach der lebt auch noch der redet oh oh baum wie so redet baum nicht baum ist eh trader skrinder user in your chat ha ha deswegen also ihr müsst eh also für die zuschauer jetzt baum hat ein grottenschlechtes eh penny headset was eh schon tausend jahre alten wackelkontakt hat hast man bereits eh damals bin genau das händ das headset heißt handy der redelung handy ich höre eine radio stimme ich hab ein baby mama was bb bb bb's beauty palace boah war das schlecht boah war das schlecht krinder ich hab einen schutz gehört na robert oh eigentlich hier draußen ey ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße mayday hat schon was von labyrinth hier ich hab gerade meinen ähm eine position preis gegeben alter ich lauf hier einfach irgendwo lang und ich hab keine ahnung wohin 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 des weges hier unten war noch keine was ist das überhaupt für komisch wenn ich die tür öffnen will kommt irgendwie so eine roboter stimme ja das kennt es aber ich auch schon was ist das baum was ne baum ne was hast du mit just äh bastian gemacht wobei bastian macht sehr häufig selbstmord der könnte auch ein hihihi alter wenn ich jetzt eine leiche im wasser irgendwo finden würde ne das wäre voll lustig skrindor was hast du da gemacht im wasser kann man hier ist blut ich weiß nicht ob das skrindor ja buraki ich weiß nicht aber also ich bin jetzt hinter dir buraki waren die blutspritzer schon vorher da wo denn hä da im wasser wasser ja im wasser siehst du da nicht blutspritzer water purify schweige noch nicht keine ahnung pfff weil draußen sind auch blutspritzer und da liegt ne sniper im wasser das sieht so aus als ob da jemand wir müssen hier aufklären wir sind hier law and allah new york hallo guck mal hier da liegt ne sniper im wasser ich glaub die war vorher nicht da die war vorher nicht da ich frage mich ob jemand die kriegs soll Robert hä ich kann buraki auch nicht vertrauen deswegen haue ich warum nebst du noch ich glaube Bastian hat das hier mit einem Wasserpark verwechselt ja er ist schwimmen gegangen ui also entweder oder Robert Robert also Baum, Robert und Justin leben alle noch ja und Bastian vielleicht boah hast du mich grad wieder erschrocken und buraki lebt auch noch ich frag mich halt was das bringt wenn du hier ins Wasser reinspringen kannst da ist ne leiter aber ja doch du kannst da vorne glaube ich wieder rauf noch einmal duschen an des weihnachten ne dann fliegt da runter ne du bist einfach nur tot for real ach ne warte mal ne ah guck mal vorm hat die Leiche von was der geklappt guck mal irgendwann kann hier nämlich hier unter direkt unter dem Fenster ist so ein Gang da kann man rein was heißt eigentlich was heißt eigentlich dieses Liability Liability und bei Robert steht Trigger Happy wahrscheinlich dass er schnell den Trigger drückt also schnell ballert oder eh wo steht er beim Baum steht wieder was anderes da steht Karma ach das Karma ach soo Dangerous oh wer ist hier Dangerous Dr. Baum ist Dangerous ok ach so das bedeutet dass er so viele Innocents abgeknallt hat und was steht bei mir Trigger Happy oh alter ich bin ja richtig happy ey guck mal mir könnt ihr vertrauen ne hey bei mir ihr dürft dann auch immer was anderes stehen steht bei dir Happy Trigger Happy und bei dir weil ich hab das Karma erfasst voll eigentlich aber wir nennen jetzt einfach nur noch diese Status da als Namen Robert der Liability ist da Trigger Happy ist vor mir und Strindor der ihr Ability was heißt das was heißt das weißt du schon immer da reicht mein englisch nicht viel aus keine Ahnung wort hab ich noch nicht gehört eigentlich gesagt ich hab so das Gefühl Robert ist Traitor ich hab nur ne Granate geworfen tschül mal wir haben bestimmte Super Discombulators ja genau ich glaub das wär wirklich auffällig gewesen wie bei Baum übrigens Baum Va Wow oh Gott hab ich mich jetzt erschlommen hab ich mich jetzt erschlommen Donkey Kong izom uch ouch 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 du bist Funky Kong ne Dr. Baum ist es hat keine Waffe funky Kong ist geil Dr. Baum ist es was denn da kill ihn noch hier okay Richte ihn hin, los. Also ich würde jetzt ganz weit von den Leuten weggehen, weil es sind noch 40 Sekunden. Stimmt. Dr. Baum ist es! Yeah! Kleiner Nutte, was ist das mit dir? Ich kipp dir den kleinen Sackle. Aber Bastian habe ich nicht getötet. Genau, genau, klar. Komm, hier aus der Map mit dir, keiner will dich. Tschüss, bist du gestorben? Dann fliegt er. Tschüss, bist du aus dem Map gestorben? Nein, das weiß ich nicht. Das kann, glaube ich, eine Tragel von dir sein. Wenn du direkt neben dem stehst und auf dem Kopf schießt, ist er aber nicht. Ich habe schon ab und zu immer mal der Shotgun geballert, aber irgendwie... Also bei mir funktioniert immer. Cool. Alles klar, du hast mir einfach eine Glock... Burraki ist es. Burraki ist es! Burraki ist es! Was läuft? Das ist so langweilig, Alter! Was ist los, Burraki? Du bist es, ne? Ich bin schon wieder Trader. Alter, ich bin schon wieder Trader. Wer? Ich? Ja, Leute, also... Wissen wir schon, wer jetzt? Ich kann nichts dafür. Denk am Spiel. Baum. 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 Ich sehe die ganze Zeit Geister. Was für Geister? Ich sehe hier Geister rumgegeben, was ist das? Was ist das? Eieieie, Coco Jumbo. Eieie. Robert ist ja so ungewöhnlich fröhlich. Bastian? Lebst du noch? Darf ich nicht fröhlich sein? Ich... Wie war mein Name nochmal? Irgendwas mit Happy, ne? Trigger Happy. Trigger... Lass mich Trigger Happy sein, ne? Ich glaube, Bastian ist wieder vorausschollend. Oder Traitor. Bastian? Wenn ich jetzt tot bin, ist... Trink's für. Trink's für. Geister, Robert. Hm? Wenn ich tot bin, bist du schuld. Bastian mach mich auch wahnsinnig. Also man kann da hin und man kann sich an die Leiter retten, so ich das sehe. Baum, Alter. Was geht jetzt ab? Map-Erkundung oder was? Map-Erkundung oder was? Nein! Aber jetzt bist du tot. Scheiße! Ne, kannst du es noch schaffen. Ich glaube an dich. Fällt der grad drunter oder was? Ja, los! Ach, schade. Du hättest ne Disco werfen sollen, dann flippt der nach hinten. Ich hab keine Disco. Hier ist doch Trader Falle. Wenn man deaktiviert, stört man doch nicht, was da ist denn, oder? Ey, das ist voll geil, dass ihr wisst, wo die Trader Fallen sind. Stell dir vor, es gibt Leute, die sind da noch kein einziges Mal Trader gewesen. Wenn's ein Call of Duty ist, dann kann man so, dass da so viel Wasser auf einmal rauskommen, dass man da nur One-Hit ist. Weißt du, was ich auch mal so gut geil feiern würde? Wenn ich mal zufälligerweise an dem Ort, an der richtigen Zeit am richtigen Ort, bin, wenn der Schwerter jemanden killst. Das wird voll lustig. Oh. Würde ich eigentlich noch haben. Ja, das ist bei mir immer. Das ist halt bis jetzt noch nie der Fall. Ich war noch nie irgendwie mal zur richtigen Zeit gekommen. Hey, wie kann man da hochgehen? Da ist grad... Hier ist ne Leiter irgendwo. Da war grad... Da oben! Wie kommt man da hoch? Hey! Du kommst... Vom Inneren kommst du da rein. Da war ich schon mal drin. Okay. Wie ist was denn da oben hochgekommen? Guck mal, da sind ganz viele Leute drin. Schnell das Glas kaputt machen, damit der runterfällt. Du willst doch das scheiß Klippergeräusche hören. Ja, ja. Smoke Grenade! Es ist! Ja, ich seh schon hier. Robert! Ah, Robert! Robert! Das kommt hier. Und fliegt der? Zuschmeißen! Ja, er fliegt! Oha! Bisschen! Wahrscheinlich ich hab aus dem halben Meter 20 Schaden gekriegt, Alter. Ey, ganz ehrlich, ich hab grad echt so keinen Bock mehr da rein zu gehen. Das ist scheiß Wassergebäude hier. Da findet man einen nie wieder. Aber wir sind zu dritt hier oben. Läuft Robert? Glaub ich alle zu fünf sogar hier. Ich mag diese Granaten, wo man so wegfliegt. Das heißt, eigentlich können die Innocent-Leute jetzt alle hier auf dieser großen Fläche bleiben, da hat der Trailer ein paar Probleme. Na? Stimmt. Er könnte natürlich auch die G-Hat nehmen, aber gut. Hat er die G-Hat? Das Gebiet ist zu groß, Alter. Stimmt, ja. Na gut, hier sind auch hinterlässe. Nein, meine Granate! Not the beast! Jetzt müssen wir auch schon bei den Granaten aufpassen, ne? Granate! Ich denke mal, eine Disco, die zehnmal größer ist, müsste es sofort ziehen. Aber die ist doch auf der Hand normal, meine ich. Robert wirft ungewöhnlich viele Granaten in die Hand. Das ist eine Taktik, ey. Auf dem Boden. Ich habe höchstens, das ist eine Feuergranate, aber die ist mir zu wertvoll, die anzusetzen. Au! Oh, ich habe mir selber Schaden gemacht, ups. Ja, Apropos, ja, Feuerschaden, ich habe gerade Feuerschaden. Er fliegt! Wahrscheinlich gerade eben haut, du hast die Taktik raus, und du bist alle hohen ab. Drecksackblase, lol. Da kann man rein. Wusste ich gar nicht. Ja, wer weiß, ob er noch lebt. Der ist da in den Schacht rein. Ey! Alter, du schubst mich einfach runter, ey. Alter, ey. Aber hier ist so ein Geheimweg. Geheimweg. Ich will auch mal rein. Das nennt man Lüftungsschacht. Das nennt man Lüftung. Achso, da kann man gar nicht sterben. Ach man. Der ist hier gerade voll... Ach, hier muss man kriechen. Wart mal. Nein, ich kann aber so durchgehen. Da ist doch jemand gerade schwum geflogen. Boah, da ist jemand gestorben. Hab ich auch gehört. Was? Wo? Irgendwo in meiner Nähe. Fällt einer runtergefallen mal wieder? Ne? Ja, das sieht so aus. Ja, da ist einer runtergefallen. Oh Gott, hier ernsthaft? Wie schlecht seid ihr eigentlich? Verdammt, da seh ich den. Der fliegt gerade an mir vorbei. Du bist bestimmt Bastian, der wieder irgendwo runtergefallen ist. Alter, ey. Wie er dann mir einfach... Am Wasser, weißt du? Ich bin da unten und der fliegt... Der fliegt einfach so von rechts nach links an mir vorbei einfach. Von rechts nach links? Ja, ich war ja... Achso, du warst in diesem komischen Tunnel. Genau, und der rechts war und einfach so... Oh. Das war so witzig. Wer ist das? Er kann man da wieder raus? Klar, du kannst einfach gegen den Strömung laufen. Ja, aber die Strömung ist nicht so stark hier. Du kommst da gar nicht gegen. Klar, also hier kommt mal dein gegen. Aber nicht wo ich bin, da ist die Strömung... Was? 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 Tanzt für mich! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ich hab aus Versehen Dingens abgeschossen. Fuck! Scheiße! Was? Ich hab's gesehen! Diese Wasser getötet! Das ist dein scheiß Bibi! Nein! Oh! Mach doch nicht die Hübe! Mit dem Bibi! So, nächste Folge, Leute, würde ich sagen, ne? Alter! Ja, ich war doch mal am richtigen Zeit, am richtigen Horn! Fuck, ey! Magma hört sich geil an! Nehmen wir mal Magma! Ich geh einfach auf! Oh stimmt, Magma hört sich schön an! Ich glaube das ist Magma? Ne, ich glaube das ist... Alter, da ballert sich einer dieses Leben außer... Haha, just a prank! Gut, Leute! Das war jetzt noch nicht die erste Aufnahme! Äh, die erste Folge, ne? Jo! Oder? Ja, die erste! Die erste! War doch die zweite? Wir haben doch vorher schon eine Runde gemacht! Das war jetzt die zweite Web, die wir gespielt haben, ne? Wir haben nur ein Flugzeug davor gemacht! Ja, ich meine, das ist die erste Aufnahme! Jetzt kommt der zweite Part! Das war jetzt eine Folge! Nur Innocent, Leute! So viel Traitor-Runden hier! Was ist los? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. So, auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge, Leute! Ciao!